Um mit dem Scharfschützen von Level 1 auf Level 2 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und 2 mit einem Kopfschuss. Falls du dich jetzt gerade wunderst, warum der Sound so schlecht ist bei mir, das liegt daran, dass ich mit dem Headset aufnehme, weil ich aktuell bei meiner neuen Freundin mehr oder weniger lebe und dort mit dem Laptop aufnehme. Und das wird die ganzen nächsten paar Folgen, wird sich das wohl auch nicht ändern. So, gut. Okay, 5 Gegner. Wir haben hier eigentlich 5. 2 Stück mit Kopfschuss. Nur aufpassen, dass wir hier nicht entdeckt werden. Dann können wir das hier direkt schaffen. Einer mit Kopfschuss. Spiel übrigens mit der Tech 50 Brown und der P3 20 Sentinel, die es bei diesem Ubisoft Quartz Programm gab. So komisch ein NFT Programm Ding installiert. 2 Stück mit Kopfschuss. Und damit sind wir auf Stufe 2. Das ging doch ganz flott. Nice.